Jo Leute, was geht? Ich nehme jetzt hier gerade um 3 Uhr morgens noch ein Video für euch auf, nach dem Stream, damit auch jeder Bescheid weiß. Hier ist auf jeden Fall der neue Shop. Ist wieder derselbe Kram drin, nichts besonderes eigentlich. Außer die Spitzhage finde ich ganz cool. Ja und der Hängegleiter ist auch natürlich episch, aber den werde ich mir nicht holen. Hier habt ihr nochmal Battle Pass Stufen, falls ihr einen Battle Pass noch auf 100 machen müsst. Sexy Schräglage wurde auf jeden Fall aktualisiert. Und wir haben wieder den neuen Modus drin, Spielwiese. Ist auf jeden Fall für begrenzte Zeit verfügbar. Spielt es Leute, solange es auf jeden Fall noch da ist. Ich würde sagen, das war es mit dem kurzen Infovideo und mit dem Shop-Video. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal Leute. Ciao.